Als Sonderanwendung ist es möglich, die Schneiden eines Zapfensenkers nachzuschärfen. Spannen Sie hierzu den Zapfensenker in das Spannprisma und richten Sie die Schneiden parallel zur Einstellmarkierung aus. Jede der drei Schneiden muss einzeln eingestellt und auf der nach innen abgezogenen rechten Kante der Schleifscheibe geschliffen werden. Der Spitzenwinkel beträgt in der Regel zwischen 180 und 185 Grad. Zum Umspannen des Zapfensenkers verwenden Sie bitte den optionalen Tiefenanschlag.